Hallo ihr da draußen. Am Freitag gibt es wieder eine neue Episode von Software-Architektur im Stream. Diesmal moderiere ich das Ganze und wir sprechen mal wieder über Frontend-Architektur, aber diesmal mit dem Fokus auf Single-Page-Applications. Zu Gast ist am Freitag der Manfred. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also zunächst mal danke für die Einladung. Ich bin Manfred Steier und mein Fokus ist Architekturen für große Enterprise-Anwendungen auf der Basis von Angular. Sehr cool. Worüber sprechen wir denn so ungefähr noch am Freitag? Ja, ich denke, wir werden darüber reden, wie wir so manche Konzepte, die man aus dem Backend kennt, ins Frontend und in die Single-Page-Application kriegt. Zum Beispiel die Idee von Moduliten oder auch die Idee von Micro-Services ist gerade sehr modern. Da spricht man von Micro-Frontends. Wir werden auch darüber reden, wann es passt und wann es nicht passt und wann man sich am besten für was entscheidet. Wir beiden freuen uns auf eure Fragen und ich freue mich schon sehr auf das Interview. Dann bis Freitag. Bis dahin! Wir werden auch darüber reden, wenn wir gerade in der nächsten Mal sehen, dass wir uns heute so machen können, dass wir uns jetzt noch ein bisschen mehr machen können. So, ich bin Wohl vamosfohlen.